So, ja, 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 äh, krasses Spiel, mann, boah, so schwer, alle verzweifeln, boah, wer schafft null Tode, ey, oh, Dark Souls hab ich noch nie in meinem Leben geschafft, Alter, boah, ich brauch hier immer so ne Sicherung, damit das Kabel nicht reicht, wenn ich den Controller wegschmeiß, weil das Spiel so schwer ist, oh, mi, 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 Alter! Hallo, hä, 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 oh, oh Gott, nein, das geht ja gar nicht, das gibt's doch nicht, das ist er, Alter, oh, fuck, nein, ich hab nicht gesagt, Ich wurde gerade hart durchgenommen Oh, fuck! Ich bin doch entkommen! Okay, krass War kein Problem für den Henno, Allah Wichtiger Hinweis, nur für Einwohner von Nordamerika Annehmen, hallo Ah, ich muss, muss mir natürlich alles durchlesen Alter, was da für ne Scheiße drinsteht Da lehn ich ab Ich hör nichts Ey Ich hör nichts, hallo Jetzt seh ich nichts Halt mal dein Maul So, da sind wir Nach diesem eingängigen Intro Sehr atmosphärisch Geiles Cinematic Also, das sind wir Wir sind im Brunnen, ey Spring Ja Vorsicht Oh, hier baut wer Gras an Da ist der Feind Tschüss Ich sag euch Wenn ich in diesem Spiel noch einmal sterbe Lutsch ich Ne, Cut Ich werde in diesem Spiel keinmal sterben, Allah Ende, aus, Punkt Aha Kusabi Maru, Allah Eine Kürbisflasche mit Medizin, die Vitalität wiederherstellt Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf Scheiße Oh Oh Okay, jetzt gibt's aufs Maul oder Komm mal ran hier auf den Meter Uff Mit Gewalt ist es auf YouTube so eine Sache Abgeschwächt Angesichts der Gewalttätigkeiten in dieser Szene Erkläre ich euch lieber die Problematik bezüglich Gewalt auf YouTube Wenn ein Video oder Thumbnail zu starke Gewalt darstellt Wie übermäßiges Glut, abgetrennte Gliedmaßen und so weiter Wird dieses Video für die meisten Werbetreibenden als nicht geeignet markiert Somit verdiene ich durch dieses Video kein Geld mehr Viel schlimmer ist jedoch, dass dieses Video euch fortan nicht mehr von YouTube vorgeschlagen wird Egal ob Abobox, Startseite oder allgemeine Empfehlung Denn YouTube möchte diese Slots lieber mit Videos füllen, mit denen auch Geld verdient wird Dagegen hilft tatsächlich nur das Aktivieren der Glocke Da jedoch diese Funktion nur ganz wenige von euch nutzen Muss ich Videos von mir zensieren und mich anschließend mit der USK besprechen Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Let's go Jawoll Okay, so Der ist Anführer Steh auf, Junge Ja komm, probier's nochmal geklaschiert Cut Adrian, schneid's bitte aus Nein, nein, nein Cut Ah, alter Mann oder ein Stickerchen Oh, Junge, brauchst du nicht hier randalieren Ja, jetzt Oh, Junge Jetzt stell ich nicht an Folgt er mir jetzt? Ich muss auf das kleine Kind aufpassen Schlägerei? Äh, hat er den falsch angeguckt? Okay, Pause kurz, oder? So, du willst das aufs Maul, Jenny Shiro Ashina? Hehehehe Hehehe Oh Alter Hat ihr Knecht hochrecht dabei, oder wie? Ach Alter Wasch dir mal die Käse im Maul Kulashirei Story 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 Ah Ja, ja, ja. Gut. Schütz. Ja, ne? Muss nicht. Muss nicht. Ja, ne? Der Hahn, Alter. Der Hahn! Okay, weiter geht die wilde Lutzi. Da bin ich wieder. Scheiße. Komm mal ran jetzt. Das. Was? Ihr Aller. Henning, du Sohn, schreib mich nicht auf Teams an. So, wir haben eine neue Herausforderung. Alter, Alter, Alter. Berühre er sich allein. Jawoll, ja. Wow. Wow. Wie wird denn das jetzt hier? Wie wird denn das jetzt hier? Gar kein Problem. Was ist hier rote Scheiße? Krass. Richtig. Ja, ne, komm. Verpiss dich. Wer ist denn Ketten? Wegen denen hilft nur Feuer, ja? Ah, geketteter Oga. Okay. Nee. Was stehst du wohl? Das seh ich jetzt nicht ein. Was willst du machen, du hässliches Vieh, Allah? Cut! Was? Hat grad... Weiß nicht. Gekribbelt. Irgendwie. In der Nase, Allah. Ich bin reingedockt! Jetzt geht's wieder. Nächste Cup für die Zähne. Hat mir jetzt einmal gesagt. Bist du nicht. Ja. Bist du nicht. Ja, da, du bist auch gelös. Au! Au! Adriel, kannst du irgendwie so zusammenschneiden, als ob das ein Fight wär? Oh! Ein angekennter Oger! Der scheint ja wütend zu sein! Das muss wirklich ein sehr schwerer Gegner sein! Oh ja, lecker! Geh an die Leine mit dir! So, jetzt komm mal den Aller! Ah! Ah! So! Oh! Ha! Ist ganz schön spät geworden! Ja, ich würde sagen, das war ein kleines Reinschnuppern in Shikiru. Verstehe ich, warum die Leute da so mental wieder hochgehen? Ich würde an dieser Stelle einmal das beende, ist ein guter Abschluss, wie ich finde. Wir sehen uns beim nächsten Mal! Tschüssi!